Tja, heute nix los? Oder hast du heute nix zu quaken? Oder fällt dir nix ein? Wenn dir nix einfällt, naja, muss dann nicht sein. Aber meiner Meinung nach werde ich jetzt da raus gehen und mich verziehen. Wenn du heute nix zu sagen hast, dann halt übergleich die Klappe. Adios. Hahaha. Jut. 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 Jut.